Ja, erstens mal Hallo aus dem Kongress. Ausverkauftes Haus heute bei der großen ABBA-Show, mit der wir durch ganz Österreich touren. Warum wir ABBA machen? Wir sind so ABBA-Fans und es gibt keine Gruppen, die so imposant produziert hat, so tolle Nummern geschrieben hat und einfach ein Markenzeichen gesetzt hat, damals in den 70ern, das bis heute unerreicht ist. Wir beginnen zwei Schritte nach rechts. Alles, ich bin einfach ein Parfum. Leo Mandrette Also ich finde es sehr gut, dass sie zum Mitmachen bewegen und dass man nicht nur schaut und eben zu hört. Wir sind jetzt wieder dran. Sehr super Konzert, gut organisiert, gut besucht. Spannende Geschichte. So, jetzt haben wir unsere Hits. Bohe, Ball, Hal, Gracia. 씩ku stقة Okay jetzt empfehle ich gemeinsam in der 190 m». Einfach toll, ich bin wirklich fasziniert, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich hätte mir auch nicht erwartet, hätte ich gesagt. Also sehr positiv überrascht. So I say thank you for the music, for giving it to me. Danke!